Wohnen am Stadtwald August, September, Oktober 2013 In Sichtweite der Musterwohnung im bereits ersten Komplex der Eigentumswohnungen am Kleingoldberg werden im Bereich Wohnen am Stadtwald Mietwohnungen der gehobenen Kategorie erstellt. Am Rande des Landschaftsschutzgebietes und des Bettmerner Bachtales gehen die Arbeiten planmäßig voran. Die Baugruppe wird ausgehoben, der Kran aufgestellt und die Pläne sorgfältig gelesen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Bodenplatten werden gegossen und die Eisenflechter bringen Unmengen von Moniereisen in die richtige Position, damit alles auf Dauer seine Standfässigkeit hat. Vorgefertigte Bauelemente werden vor Ort mit Flüssigbeton verfüllt. Vor Jahren noch undenkbar ist dies heute Standard. Weitere Sandwichwände werden angeliefert und wir werden im nächsten Beitrag sehen, wie alles zusammenpasst. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020